David, musst du einen Schopf geben oder? Muss ich dich anstoßen? Nein, nein, ich muss für das GPS warten. Ich hätte kein Signal. Ich weiß nicht, wohin du? Ich weiß nicht, wohin das認betes. Das ist ein Schopf, wenn ich in die Richtung komme. Du hast einen Schatz fliegel. Im Auftrag zu verleihen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020